Der FC St. Pauli träumt vom Aufstieg in die Bundesliga. Man ist Herbstmeister, hat die beste Hinrunde der Klubgeschichte hingelegt und ist die Nummer eins der Stadt. Im Derby gewannen die Kitzkicker gegen den Hamburger SV. Kurz gesagt, es läuft top und die Euphorie ist riesig. Der Spielstil ist offensiv und attraktiv. Lasst uns jetzt mal über St. Pauli reden. Ich denke, es gibt vier Gründe für den Erfolg. So ist der Aufstieg definitiv drin. Also, los geht's. Könnt ihr euch noch an dieses Video erinnern? Vor einem Jahr hab ich über die große Krise bei St. Pauli geredet. Da hatten viele Angst vor dem Abstieg. Übrigens, das Skript schrieb ich damals mit einem St. Pauli-Fan bzw. mit einem Hamburger Journalisten. So schnell kann sich die Lage um 180 Grad drehen. Es hat sich viel getan, und genau darauf blickt man jetzt. Ein sehr wichtiger Faktor ist erstens die Kontinuität. Beim FC St. Pauli hat man in der Krise die Ruhe bewahrt. Trainer Timo Schulz wurde der Rücken gestärkt. Er bekam die nötige Zeit, um seine Idee vom Fußball umzusetzen. Er probierte ja sehr viel aus. Die Grundformation ist mittlerweile ein 4-4-2 mit Raute. Das passt perfekt zu den Stärken des Kaders. Der Fokus liegt nämlich auf den Halbräumen. Die Jungs im Mittelfeld haben technisch eine enorm hohe Qualität. Sie sind spielstark. Und dazu kommt, es gibt nur wenig Rotation. Die Startelf ist fix. Der Vorteil ist, dass die Automatismen da sind. Alles ist echt gut aufeinander abgestimmt. Wirklich oft gewechselt wird nur, wenn es Verletzungen gibt oder eine englische Woche. Schulz meinte dazu, man muss anerkennen, dass es die Spieler hervorragend machen. Die Fehler sollte man also nicht unbedingt bei den Reservisten suchen, dass so wenig gewechselt wird. Klar, die warten auf ihre Chance. Und sie könnten auch jederzeit eingreifen. Fynn Ole Becker ist ein riesiges Talent, Junioren-Nationalspieler. Aber er saß zuletzt viermal in Folge nur auf der Bank. Das zeigt, wie hart der Konkurrenzkampf ist. Seine Stärke ist das Passspiel. In Drucksituationen findet er smarte Lösungen und bringt so das Spiel voran. Seine Schwäche ist wiederum das Defensivverhalten. Er führt relativ wenige Zweikämpfe, er spielt nicht so körperbetont. Und je nachdem, welche Attribute St. Pauli am Spieltag braucht, wird er eben eingesetzt oder nicht. Ich finde, die Entscheidungen sind da nachvollziehbar. Der Vertrag von Timo Schulz läuft bald aus. Er soll verlängern und da wird gerade verhandelt. Dank der Kontinuität stehen die Hamburger echt stabil. Selbst wenn es mal ne Klatsche gibt, bleibt man sich und seinem Spielstil treu. Das ist ein Grund für den Erfolg und kann im Kampf um den Aufstieg enorm wichtig werden. Dazu kommt Faktor zwei, die Transferstrategie. Das Ziel ist, perspektivisch mit Geduld zu arbeiten. Da hat gerade vieles Hand und Fuß. Ein großes Lob geht an Geschäftsführer Andreas Bornemann. Egal, ob kurz- oder langfristige Lösungen. Er hat echt nen Lauf. Fast alle Deals klappen. Im letzten Winter holte er qualitativ gute Leihspieler, die sofort halfen, auch so gelang die Rettung. Im Sommer ging er dann die Schwächen des Kaders an und suchte günstige Lösungen. Insgesamt 1,85 Millionen Euro gab St. Pauli für neue Spieler aus. Und die schlugen ein. Im Tor fehlte zuletzt Kontinuität. Da wurde relativ oft getauscht, beziehungsweise es gab keine unumstrittene Nummer eins. Nikola Vasil ist neu, um Ruhe zwischen dem Pfosten zu haben. Auf der Linie ist er stark, er schafft es extrem schnell nach unten. Und so kann er dann auch Paraden zeigen. Dank ihm gibt's mehr defensive Stabilität. In der Abwehr brauchte der Klub dann noch Breite, um Ausfälle gleichwertig zu kompensieren. Jakov Medic ist neu da und er hat sich direkt in der Startelf festgebissen. Stark ist er vor allem in der Luft. Wenn ein hoher Ball reinsegelt, muss man sich gar keine Sorgen machen. Medic klärt diese Bälle. 55 Luftduelle hat er bis jetzt gewonnen. Das ist der Höchstwert bei St. Pauli. Dieser Wert ist so beeindruckend, weil er in den letzten Wochen verletzt fehlte. Die Nase musste operiert werden, sprich, er stand nicht auf dem Platz. Und im Mittelfeld fehlte wegen den ganzen Abgängen der Leihspieler Qualität. Die konnte man sehr gut ersetzen. Marcel Hartl ist der neue Verbindungsspieler. Er holt sich hinten die Bälle und treibt sie nach vorne. Seine Ausdauer ist schon krass. Er läuft nonstop im Schnitt etwa elf Kilometer, ist Hartl pro Spiel unterwegs. Übrigens, er weiß ganz genau, wie man aufsteigt. Schon zweimal schafft er das. Es gibt ja den Spruch, aller guten Dinge sind drei. Seine Erfahrung kann da definitiv helfen. Keine Frage, ich könnte noch weitere Namen aufzählen. Was ich aber damit zeigen will, ist, es läuft beim FC St. Pauli so gut, weil die Verstärkungen sofort eingeschlagen haben. Das spornst den Konkurrenzkampf an. Die Wohlfühloase ist zwar noch da, weil die Stimmung beim FC St. Pauli gut ist, aber keiner darf sich ausruhen, weil er sonst plötzlich auf der Bank sitzt. Aus diesem homogenen Kader wird gerade das Maximale rausgekitzelt. Was mir richtig gut gefällt, ist Faktor drei, die spielerische Qualität. St. Pauli spielt gerade den attraktivsten Fußball der letzten Jahre. Der Fokus liegt nicht mehr nur auf dem Umschaltspiel. Es gibt auch mehr kreative Angriffe mit einem geordneten Spielaufbau. Im Schnitt 53 Prozent Ballbesitz haben die Kiezkicker. Damit liegen sie im oberen Drittel der Rangliste. Es ist einfach mehr Kontrolle da. Ein wichtiges Element ist die Balleroberung. St. Pauli spielt bis jetzt sehr fair. Nur 155 Mal foulte man so selten wie kein anderer Klub. Dazu kassierten die Spieler auch nur wenige Karten. Das Ziel ist, mit einem guten Stellungsspiel die Pässe abzufangen. Neuzugang Jackson, Irvine passt perfekt in diese Rolle. Er antizipiert schnell und schiebt sich vor den Gegner, um den Ball zu kriegen. Im zentralen Mittelfeld schnappt er sich auf den Ball und leitet so Angriffe ein. Gefühlt spielt Irvine auch relativ viele vorletzte Pässe vor ner Torchance. Der Junge entwickelt sich gerade zum heimlichen Star, denn er passt perfekt zu diesem Verein. Irvine wohnt im Schanzenviertel und geht immer mal wieder zum Stadion, wenn ein Heimspiel ist. Klar, da wird er auch von den Fans erkannt. Kurios ist dazu die Geschichte. An Weihnachten ging er angeblich mit seinen Eltern in die St. Pauli-Kneipe schlechthin, das Jolly Roger. Das sprach sich dann auch schnell bei den Fans herum. Er liebt den Verein und ist ein richtig guter Typ. Ein weiteres wichtiges Element sind die Geistesblitze in der Offensive. Immer wieder gibt's wunderschöne Angriffe. Daniel Kofi Djeri ist mit neun Assists der beste Vorlagengeber der Liga. Mit Tempo geht er gerne in Dribblings. Dazu bringt er ne gewisse Dynamik rein. Ein Beispiel gegen Dynamo Dresden. Liefer mit dem Ball am Fuß am Strafraum entlang. Zog nen Verteidiger auf sich und legte plötzlich mit der Hacke ab. Christopher Buchtmann zog aus der zweiten Reihe ab und traf ins Netz. Genau wegen so Momenten. Schauen wir doch alle Fußball. Also kurz und knackig gesagt, der Fußball von St. Pauli macht Spaß. Und auch das sorgt für Euphorie. Und Faktor vier, die Effizienz. Aus den eigenen Chancen holt der Klub das Maximale raus. Grundsätzlich hat man schon 37 Treffer auf dem Konto. Das ist die zweitbeste Offensive der Liga. Noch wichtiger sind aber die Expected Goals. Da liegt der Wert bei plus 3,1. Das heißt, St. Pauli hat mehr Treffer erzielt, als statistisch erwartbar gewesen wäre. Ein Stürmer sticht da natürlich heraus. Guido Burgstaller. Kritiker meinten, als er nach Hamburg kam, ach, der ist eh zu alt und seine Zeit ist vorbei. Jetzt beweist er das Gegenteil. Seit dem letzten Winter ist er fit und bringt mehrere Facetten ins Pauli-Spiel. Zum einen gegen den Ball. Burgstaller hat den Ruf als Arbeiter und zeigt das. Er geht oft als Erster ins Pressing, permanent macht er Druck und er ist aggressiv. Deshalb macht er auch die meisten Sprints beziehungsweise intensiven Läufe bei St. Pauli. Das ist kräftezehrend, schon krass, dass er fast nonstop spielt. Bis jetzt verpasst er nur ein paar Minuten. Zum anderen geht's natürlich auch um den Torinstinkt. Guido Burgstaller hat schon 14 Tore geschossen. Gut möglich, dass er in dieser Saison die Kanone gewinnt. Dazu kommt, statistisch ist er der effizienteste Stürmer der zweiten Liga. Aus dem Nichts schießt er auf die Führung. Mit was für ner Ruhe er den Ball ins Tor schiebt, ist schon saustark. Die Sache ist, Burgstaller ist ein total wichtiger Leader. Immer wieder gibt er seinen Kollegen Tipps, wo sie hinlaufen sollen. Davon profitieren logischerweise insbesondere die Talente. Mein Gefühl ist, in der Doppelspitze passen quirliger und schneller Spieler am besten zu ihm. Sie ergänzen sich dann einfach super. Aber man sollte den Fokus nicht nur auf ihn legen. In der Breite strahlt St. Pauli auch Gefahr aus. Insgesamt zwölf verschiedene Torschützen trafen bis jetzt. In der Rangliste ist das der zweitbeste Wert. Also, der Klub steht an der Tabellenspitze. Trainer Timo Schulz stapelt trotzdem noch tief und sieht den Kiez-Klub als Außenseiter. Klar, zuletzt gab's ein paar Rückschläge. Er verbietet natürlich keinem vom Aufstieg zu träumen, aber nur solange man weiter hart arbeitet. Diese Bodenständigkeit ist total sympathisch. Gut möglich, dass der Klub so in die Bundesliga aufsteigt. Jetzt hab ich noch eine Video-Empfehlung für euch. Bei den Kollegen von STRG F wollte ein St. Pauli-Fan mal versuchen, wie es ist, den HSV zu unterstützen. Dieses Extreme-Experiment findet ihr hier, da ist es verlinkt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich gut Kick, haut rein und ciao. Pieper Musik Untertitelung des ZDF, 2020